Ich habe es heute überlebt Ich habe es heute überlebt Ich habe es heute überlebt Er hat einen sehr hawaii flow Es ist nicht so schwer Aber man kann es sagen Es ist einfach so schwer Es ist einfach so schwer Man kann die Unterschiede von dem beat Wenn es ein solches beat wird Es wird eher subtler als die Hardcore Die Championsweiter sind noch in Ich habe es heute überlebt Ich habe es heute überlebt Ich habe es heute überlebt Ich weiß, dass das KMN Gang ist Ich habe es heute überlebt Ich habe es heute überlebt Ja und alle wollen ihn treffen Den Albana um zu testen Aber ziehen dann wieder ab Den Ballermann vergessen Ich weiß, dass das KMN Gang ist Ich habe es immer noch Das sieht aus wie Das sieht aus wie ein kurzer Ich habe es immer vergessen, wer dieser Mann ist Ist Nasch Teil dieser Gruppe KMN Nash Das sieht immer so aus wie ein kurzer Ich weiß, 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 wie ein kurzer Aber einige sind cool Hau Ich habe es nicht gesehen Ich habe es bisher nicht gemacht Ich meine Musik Diese Musik ist für Sommerzeit und jetzt ist es eher Sommer, ihr könnt mit den Lohsloh und darüber sprechen ich weiß nicht wo die Leute diese scenerien finden, aber diese scenerien sind sehr schön ja das ist schön man so ja man look at this so there you have a folks man so yeah just it's a nice shot man do you have a man so that was az uberlebt it's good it's funny man there's a you know nice scenery you just survival survival you know so you just i am azed well they have a folks myself that was azed uberlebt survival man nice shot nice scenery yeah man everything is nice man i want to go to these places man these are the places that i want to i want to check out and see what's going on over here well they have a focus man you already know man azed uberlebt like share subscribe you already know man it's your boy brother